In den letzten Jahren spielen mit einer einzigen Ausnahme, um dieses Turnier zu gewinnen. Die Temperaturen sind perfekt, der Platz ist super hergerichtet, die Grün sind in exzellentem Zustand. Die paar Fünflöcher sind gut in zwei Schlägen zu erreichen, da kann man... Wheatcraft nach dem gelungenen Putt auf dem letzten Grün. ...ah, fast. Dass der Ball da an dieser steilen Kante zurückrollt, ist fast logisch. Das ist noch die beste Version, wenn man das Grün nicht trifft, vorne der Gegenhang. ...passt auch zu seiner körperlichen Statue. Den Ball dort zwischen... ...zwei Döcher hat er noch. ...schön umgefallen im Durchschwung, zurück aufs rechte Bein. Ryan Moore, und der liegt rechts außen im Satz, das ist nicht gut. Wenn die Spieler vorne auf dem Grün sind, dann lassen sie die Gruppe dahinter abschlagen. Und spielen dann das Loch zu Ende. Hier sehen wir es, die Gruppe mit Jason Daffner, vorne auf dem Grün. ...schön.